Podcast-Werkstatt Herzlich Willkommen zu Sitzfleisch, der letzten Folge von Sitzfleisch mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Und es ist natürlich nur die letzte Folge im Jahr 2023. War wahrscheinlich überhaupt nicht so lustig, wie wir uns vorher gedacht haben. Nein, vor allem ich war schockiert, weil wir haben jetzt gerade eineinhalb Stunden aufgenommen und das wäre dann umsonst gewesen, weil das kommt erst nächstes Jahr raus. Ja, wir haben für nächstes Jahr schon was aufgenommen, möchten aber in der Reihenfolge so bleiben, dass wir vor Silvester, sozusagen vor Jahresende, noch ein bisschen zurückschauen aufs Jahr und mit der nächsten Episode dann im Jänner weitermachen. Genau, weil du bist ja da sehr, sehr pingelig. Der Sportjahresrückblick im November, das ist für dich ein absolut rotes Tuch, genauso wie der Spotify-Jahresrückblick, für die viel zu früh kommt. Da gibt es für dich ein Fenster, das ist sehr klein und in dem können Jahresrückblicke stattfinden. Ja, warum wird der Sportler des Jahres im Oktober gewählt? Finde ich irgendwie nicht so sinnvoll. Mich betrifft es ja nicht wirklich, obwohl ich schon einmal, ich glaube, drei Mal in den ersten zehn Sportler des Jahres war. Das hat mich immer sehr gefreut, heuer war es nicht so weit. Weil es gibt nicht nur Kalenderjahre, sondern ein Jahr kann ja auch von Oktober bis Oktober gehen. Ist auch ein Jahr. Absolut, ja. Aber es heißt ja nicht Sportler der Saison, sondern Sportler des Jahres. Genau. Wie auch immer. Wir werden es nicht mehr lösen. Was man hervorheben kann, positiv, der Strava Jahresrückblick, der ist schon seit einer Woche verfügbar, aber der wird ständig abgedatet. Das heißt, wenn du dich am 31.12. um 23.58 Uhr anschaust, hast du einen richtigen, klares Rückblick. Ich werde mich wieder mal einloggen auf Strava. Was haben wir heute vor? Wir haben natürlich ein bisschen so, wir schauen zurück, was in dem Jahr passiert ist an guten und vielleicht unguten oder weniger guten Sachen. Bei uns persönlich, bei jedem von uns und so in der großen Welt des Ultra-Radfahrens. Wir haben noch ein paar Sachen von Race Across Andys abschließend, wo wir beim letzten Mal noch nicht ganz fertig geworden sind. Ein bisschen einen Ausblick. Einen Ausblick auch? Okay, cool. Bin ich wieder top vorbereitet, das Briefing gelesen. Und wir haben wieder Outtakes, wie jedes Jahr vor Ende der Saison, der Podcast-Saison, der am 31.12. aufhört. Haben wir ein paar Outtakes vom Lukas, der das die letzten Jahre immer sehr, sehr lustig moderiert hat und aus seiner Sicht in der Postproduktion geschildert hat, wo und wann er sich mit uns irgendwie abhauen muss oder ärgern muss. Leider ist er heute nicht dabei, weil er krank ist, aber er hat uns die Zusendungen quasi geschickt und wir haben die Audio-Dateien da und werden die dann abspülen. Ja, und an dieser Stelle gute Besserung. Er wird es vor euch hören, weil er muss es jetzt schneiden. Ja, ich möchte dir gleich das Wort übergeben. Also, was haben wir noch als abschließendes Fazit vom Race Across Andys? Oder hast du vielleicht noch Fragen oder Inputs bekommen, die wir jetzt noch beantworten können? Ja, du hast eine gute Kurve gekriegt, weil ich jetzt habe gedacht, du stellst mir die Frage, ob ich noch Fragen habe. Ja, ich habe viele Fragen, aber die werde ich nicht selber beantworten können. Nein, also ich habe jetzt natürlich die harte Analyse, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und ich habe so die gefühlsmäßige Analyse auch noch dabei. Du hast mich, war das im Off oder ist das in einer veröffentlichten Folge schon drinnen, gefragt, ob ich wohl eh zufrieden bin mit dem sechsten Platz. Und ich habe gesagt, inzwischen schon. Und ich denke, damit werden wir anfangen, diese Aussage von mir zu erklären. Ich habe es zum Schluss letztes Mal gesagt, dass ich halt extrem begeistert war, dass du auf Platz 6 bist, aber wir wissen alle, dass es manchmal für einen selbst irgendwie möglicherweise etwas anders ausschaut wie in der Außenwirkung. Genau, also, und ich habe auch gesagt, inzwischen bin ich sehr zufrieden. Meine Einstellung ist eigentlich immer so, dass man Leistung kann man sehr gut planen. Da kann man sehr gut auch auf sich selbst stolz sein und zufrieden sein. Ergebnisse nicht. Leistung kann man selbst steuern, Ergebnisse hängen immer von den anderen ab. Und wenn du deine absolut beste Leistung abgerufen hast und 20 Leute sind besser als du, kann man trotzdem zufrieden sein. Wenn man jetzt aber im Ziel steht und sie denkt, naja, eigentlich wäre da noch etwas drin gewesen und es sind nur 5 besser als du, dann ist man vielleicht im ersten Moment ein bisschen enttäuscht und unzufrieden. Und ich möchte das auch einfach kurz erklären. Ich habe gesagt, ich habe hart trainiert und ich habe viel trainiert und ich habe eine unglaublich gute Form gehabt. und ich habe auch so das Leistungsvermögen gehabt, um über die Zeit, die das Rennen gedauert hat, 200 Watt zu fahren. Das habe ich drauf gehabt, das Potenzial habe ich gehabt. Und im Ziel, unabhängig vom Ergebnis, habe ich einfach das Gefühl gehabt, obwohl ich die Watt in den Beinen gehabt habe, habe ich es nicht immer abgerufen. Und es war immer so ein Kampf, tatsächlich konzentriert dabei zu bleiben, die Leistung auch zu fahren, obwohl ich es drauf gehabt habe. Also ich habe jederzeit genug Druck am Pedal gehabt, genug Saft in den Beinen gehabt, um 200 Watt zu fahren. Aber ich habe halt immer wieder so Phasen gehabt im Rennen, wo ich ganz lang irgendwie ein bisschen unkonzentriert war, nicht ganz bei der Sache war, die Gedanken einfach komplett abgeschweift haben. Und dann schaue ich auf mein Leistungsmesser und sehe, okay, ich fahre jetzt 120, 140 Watt. Und ich kann jetzt im Nachhinein halt einfach nicht sagen, wie lange diese Phasen immer wieder andauert haben. Aber im Ziel habe ich dann einfach das Gefühl gehabt, das war einfach verschwendet. Das hätte ich einfach viel öfter und zu jeder Zeit abrufen müssen. Wie oft hast du schon Leistungsmesser gehabt bei so langen Rennen? Weil ich kann mich erinnern, ich hoffe, ich liege jetzt nicht zu falsch, hast du, glaube ich, in Ruanda keinen gehabt, kann das sein? Doch, also ich habe aber nicht drauf geschaut. Ich habe einfach nur, ich bin ein bisschen so ein Datenfreak, ohne groß was draus zu machen. Aber ich sammle gerne Daten und ich bin schon lang auf allen Radeln mit Leistungsmessern unterwegs. Außer am Zeitvorrat. Außer am Zeitvorrat. Und beim Resort Niederösterreich oder so hast du das dann eben nicht durchgehend aufzeichnen können. Nicht durchgehend aufzeichnen können, aber sonst schon. Und ich bin nie da noch gefahren. Also ich habe schon im Training Intervalle oder Trainingseinheiten schon mit Wattwässern oder auch drauf schauen. Aber in den Rennen habe ich nie irgendwie mir selber eine Vorgabe gemacht, jetzt fahre ich so lang so und so viel Watt. Aber das habe ich nie gehabt. Das war jetzt wirklich das erste Mal. Nein, ich wollte das deswegen nochmal fragen, weil ich denke mir, du siehst es vielleicht ein bisschen streng. oder schätzt die Leistung über lange Rennen fast ein bisschen zu hoch ein. Ich meine, du bist selber schon sehr viel gefahren. Und trotzdem, bei mir ist es zum Beispiel so, dass 200 Watt im Durchschnitt auf einen Zeitraum von 60 Stunden schaffe ich nicht. Und ich weiß nicht, ob du mehr Watt fährst als ich. Und ich bin auch immer unzufrieden oder nicht unzufrieden, aber ich habe das lernen müssen, dass es über solche Zeiträume einfach nicht geht, 200 Watt zu fahren. Auch nicht für mich und auch nicht, wenn ich Rennen gewonnen habe oder so. Und wenn ich der Schnellste war, habe ich so eine hohe Leistung gehabt, weil irgendwie die ersten 6, 12, vielleicht 18 Stunden ist es so, du fährst immer mit einem Druckkumpetal, auch wenn du quasi locker fährst oder wenn du gerade unkonzentriert bist, das, was du jetzt beschrieben hast, die Beine, das ist alles so automatisiert, der Zwarer steht ja wie immer vorne. Und wenn es dann zu den 24 Stunden hingeht und am zweiten Tag speziell, hast du einfach Phasen, wo du auf 100 Watt runterfährst. Das ist, glaube ich, unvermeidbar. Das ist nicht. Konzentrationsschwäche, ich glaube, das ist absolut unmöglich, dass man das nicht hat. Und vielleicht musst du öfters, wenn du so lange Rennen fährst, durchgehend die Watt nur wirklich anschauen, um zu sehen, dass das vielleicht mit 200 Watt durchgehend als Durchschnitt ein bisschen eine Utopie ist. Vielleicht. Also ich wollte gar nicht sagen, dass ich die Erwartung gehabt habe, dass ich im Ziel einen Schnitt von 200 Watt habe. Das geht sicher nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, was ich zum Beispiel heuer beim Seven Serpents, wo ich auch mental angeschlagen am Start gestanden bin, aber wo ich dann sofort, als ich im Rennen war und Rad gefahren bin, da war ich einfach, da habe ich alles rundherum ausgeblendet und ich war einfach bei mir, ich war einfach beim Radfahren. Meine Gedanken waren nicht irgendwo, sondern ich war einfach so im Tunnel und das ist immer das Schöne, das ist immer das, was mir bei den Ultra-Rennen so extrem taugt, dass man so bei sich ist und so fokussiert. Und diesen Zustand, ich würde es nennen einen Flow-Zustand von mir aus, den habe ich jetzt da in Chile eigentlich nie erreicht. Und ich habe dann einfach so Phasen, wo ich mit den Gedanken abschweife, mit den Gedanken irgendwo bin und dann schaust auf den Garmin und du hast fast 120 Watt und du weißt einfach, wenn du da in diesem Flow, in diesem Tunnel bist, dann ist das halt einfach mehr. Und dann musst du wieder zusammenreißen, konzentrieren und wirklich bewusst die Leistung abrufen. Und weil ich eben diesen Flow-Zustand nicht erreicht habe, deswegen war ich dann am Anfang die erste Zeit nach der Zielankunft so frustriert oder enttäuscht fast, ja. Hast du, nachdem du erzählt hast, wie es dir in der Vorbereitung gegangen ist, oder was rund um dich geschehen ist, das dich sehr mitgenommen hat? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass dich das unterwegs noch beschäftigt oder irgendwie, dass das abfällt und du das vielleicht so hinter dir lassen kannst, zumindest für die gewisse Zeit? Weil ich komme ja noch innen, wie du erzählt hast vom Seven Serpents, dass du quasi wirklich, sobald das rennend losgegangen ist, hast du deine alltäglichen Sorgen und Belastungen quasi abgelegt und warst du da völlig befreit? Ja, das war ein bisschen die Hoffnung, aber eben, den Zustand habe ich nicht erreicht. Das hat mich dann schon immer wieder beschäftigt. Und deswegen jetzt, inzwischen kann ich sagen, es ist okay, aber eben die ersten Wochen, also direkt nach dem Ziel, dann vor Ort in Chile sowieso und die ersten Wochen noch danach, da war halt einfach diese Enttäuschung noch da. Und ich habe auch gesagt, lieber werde ich Dreißigster und habe dafür dann im Ziel das Gefühl, ich habe alles gegeben, als ich werde Sechster und denke mir noch, ich habe einfach nicht die Leistung abgerufen, die ich drauf gehabt hätte. Inzwischen, also auch durch das, was du gesagt hast natürlich, aber auch, dass das jetzt ein bisschen gesagt ist, alles, was drumherum passiert ist auch und noch einmal ein nüchterner Blick auf die Performance beim Rennen, kann ich sagen, ich bin mehr als zufrieden und ich nehme den sechsten Platz auch sehr gerne. Sehr schön, sehr schön, dass du das Ganze jetzt so, also dass du da im Frieden bist sozusagen oder in der Freude. Genau. Wie schaut es mit den harten Fakten aus? Genau, also ich habe da vor mir liegen, ich habe es ja rausgeschrieben, ich bin 875 Kilometer gefahren in 59 Stunden und 55 Minuten, hatte einen Schnitt von 14,6 kmh und 14.000 Höhenmeter. Bin ich gefahren, das mit den Höhenmetern, das war es jeder aus leidlicher Erfahrung, die stimmen nie, aber das sind die, die Garmin rausgemessen hat. Ich habe eine Durchschnittsleistung von 138 Watt und eine Normalized Power von 179 Watt. Der Training Stress Score war 1800 und ich habe 30.300 Kalorien verbraucht. Ich finde die Zollen super spannend und ich finde es auch super spannend, dass du mich oft belächelst, wenn ich so oldschool bin und mir Notizen mache und Ausdruck und du kommst mit Handgeschrieben daher, das finde ich extrem fein. Naja, sonst bist du immer mit Apps und mich belächelst wegen Teletext und selber bist so interaktiv und modern und kommst mit Handnotizen. Ja, weil ich brauche das tatsächlich, wenn ich mir was werken will, dann muss ich es mir niederschreiben. Jetzt kommen wir zu dem, was wir schon einmal versucht haben zu diskutieren. Ich war jetzt selber auch in ein paar Foren unterwegs und versucht herauszufinden, den Unterschied der Zeit in Bewegung und der Stehzeit zwischen Garmin und Strava. Garmin sorgt mir, eine Zeit in Bewegung von 47 Stunden an und eine Stehzeit von 12 Stunden 30. Strava, wo ich dann, also auf Garmin komme ich dann auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung von 19,5 kmh. Also, nicht einmal mit dem Schnitt aus der Zeit in Bewegung hätte ich die Fähre erwischt. Falls ich noch jemand erinnern kann, für die Fähre hätte ich einen 19er Schnitt gebraucht. Also, selbst das wäre sehr knapp geworden. Strava gibt mir aber eine Zeit in Bewegung von 52 Stunden und einen Schnitt von 16,9 und eine Stehzeit von nur 8 Stunden und 5 Minuten. Ich habe das versucht herauszufinden, es ist so tendenziell, das sagt Strava selbst, ist bei Ihnen die Zeit in Bewegung immer höher, weil Sie sagen, Sie wollen realistische Zeiten, Sie schauen, dass Sie diese kürzeren Stehpausen nicht rausrechnen, sondern über die ganze Bewegungszeit schauen, dass kurze Pausen einfach drin bleiben, rote Ampeln, kurze Pinkelstops und so. Aber der Unterschied von 4 Stunden, der geht jetzt bei mir trotzdem nicht aus und meine Vermutung ist, dass nachdem ich das Gerät durchlaufen habe lassen und bei der anderen Schlafpause mit ins Zimmer genommen habe zum Aufladen, dass da immer wieder das GPS-Signal verloren, dann ist das GPS wieder herausgesprungen, dann hat man so innerhalb von einem Radius von ein paar hundert Meter so kleine Sprünge vom GPS und dass das bei Strava einfach als Zeit in Bewegung zählt und dass daher die 4 Stunden weniger Stehzeit kommen bei Strava. Das ist eine gute Erklärungsmöglichkeit, ob es wirklich so ist, aber es ist ja bei mir auch beim Training im Keller irgendwie am Indoor-Trainer hast du dann zwar ein GPS irgendwie ausgeschalten, aber trotzdem so ein Zick-Zack-Signal schaut aus wie so ein Stern, als ich sehe, dass dich ein paar Meter links und rechts bewegt und könnte wirklich sein, ich würde da vielleicht empfehlen, deinen Notizblock mitzunehmen und handisch mitzuschreiben, warum du pinkeln gehst. Was ich aber gemacht habe, genau deshalb, ich habe am Beginn und am Ende jeder Pause ein Foto gemacht und das ist am Handy, da hat man die genaue Uhrzeit vom Beginn und Ende der Pause und dann kann man sich das relativ genau ausrechnen. Ich habe drei große Pausen an den Checkpoints gemacht und zwei mittlere Pausen an der Tankstelle und wenn ich diese Pausenzeiten zusammenrechne, dann komme ich ziemlich genau auf die 12 Stunden 30, die mir Garmin ergibt. Also das denke ich, ist meiner Meinung nach schon ein relativ, jetzt in meinem Fall, verlässlicher Wert. Ganz kurz zu den Pausen, also beim ersten Checkpoint habe ich schon eine Zeit, da habe ich den Fehler gemacht, bin nass geworden, habe mich relativ lang trockenlegen müssen, bin ich eine Stunde 15 gestanden. Die zweite Pause mit der Schlafpause hat sechs Stunden gedauert, ziemlich genau, davon habe ich drei Stunden geschlafen. Und die dritte Pause, große Pause, das war das Drama mit dem Licht, da bin ich gestanden vier Stunden 15 und habe nicht geschlafen. Es war wirklich, wenn man so lange steht, wirklich super optimal, da hätte man super eineinhalb, zwei Stunden schlafen können. Und bei der Tankstelle bin ich einmal am Weg hin. An dieser Stelle, der Hinweis, in einer Woche kommt in unserer nächsten Folge ein super Hinweis zum Thema vier Stunden herumstehen, ob es da nicht bessere Möglichkeiten gibt, so ein kleiner Spoiler. Genau. Und bei der Tankstelle bin ich am Hinweg 45 Minuten gestanden und am Rückweg 30 Minuten. Das zusammengerechnet komme ich ziemlich genau auf die 12.30 und dann sind heute diese kurzen Pinkel und Umziehpausen. Also das kommt schon relativ genau hin, jetzt von dem, wie ich das Rennen erlebt habe, die vier Stunden weniger, die mir Strava gibt. Das geht sich allein schon von den Pausen, die ich fotografiert habe, nicht aus, weil da bin ich definitiv gestanden. Dann bleiben ungefähr 48 Stunden Radlfahren über und du hast einen wirklich hohen Training Stress Score und auch die Normalized Power finde ich sehr hoch. Das heißt, du bist unrhythmisch gefahren, hast immer wieder viel Spitzen drinnen gehabt. Das heißt, bergauf natürlich musst du Gas geben und hast du Gas geben und der Training Stress Score in der Höhe, das wird zwei Wochen zum Spüren sein, wie die aus eigener Erfahrung vielleicht vermuten. Ja, sagen wir, die zwei Wochen sind schon eine Zeit her und ich spüre es immer noch. Heute in der Aufnahme spüre ich auch noch das Wochenende, die Weihnachtsfeier. Also die Aufnahme ist vor dem Heiligen Abend, das war eine andere Art von Weihnachtsfeier, aber ja, ich merke schon, dass ich mich jetzt wieder am Weg der Erholung bin. Also ich merke es auch an der Herzfrequenz, der Puls normalisiert sich, ich kann jetzt da wieder einen höheren Puls bringen, weil also die letzten Wochen war ich so das Gefühl, als wäre er irgendwie abgeregelt bei 170, 175, wo ich normalerweise leicht auf 185, 190 kommen wird. Das normalisiert sich jetzt langsam wieder und ich merke, dass ich jetzt die Müdigkeit, die man in den Knochen steckt, langsam abschütteln kann. Wir wissen jetzt, dass du Sechster geworden bist, wir wissen jetzt, dass du mittlerweile sehr zufrieden bist damit, wir wissen aber nicht, wer die Fünf fahren vor dir. Das sollte jetzt in gar keiner Art und Weise respektlos klingen oder sein, aber die Namen habe ich jetzt da nicht stehen, ich habe nur P1, P2, P3, P4 und P5. P5 weiß ich zumindest den Vornamen Philippe, weil den habe ich unterwegs ein paar Mal getroffen, aber du wolltest sicher fragen. Wer hat gewonnen, will der wissen. Ja, den schaue ich schnell nach. Aber du hast das auf jeden Fall sehr gendergerecht mit Person 1, Person 2 oder Platz 1, Platz 2. Platz hast du. Ja, dann bitte erforsche schnell online, wer gewonnen hat. Okay. Und inzwischen habe ich auch zu den P's die Namen dazu. Der Sieger, Andres Tagle, zweiter, Christian Auriema, dritter, Matthew Brockenshire und das ist eine sehr lustige Geschichte, der ist einerseits der Organisator vom Race Around Rwanda, den habe ich in Rwanda schon gesehen und kennengelernt, andererseits hat er das gleiche Fahrrad wie ich und drittens ist er nach der Finisher Party, beziehungsweise noch am Tag der Finisher Party um 18 Uhr gemeinsam mit seiner Mama auf einen Bikepacking Trip gestartet nach Tierra del Fuego, also wirklich den südlichsten Zipfel der Erde und sei Mutter sehr rüstig, aber inzwischen sind sie angekommen und sind so im Schnitt zwischen 70 und 120 Kilometer pro Tag gefahren auf wilden Schotterpisten ganz in den Süden von Patagonien also sehr coole Geschichte Vierter Kanuto Errarusris Fünfter wie schon gesagt Philippe Roman und Sechster war dann ich so jetzt haben wir den Ergebnisdienst auch abgehackt aber du würdest bestimmt fragen ob nach vorne noch was gegangen wäre weil das steht und was so die Siegerzeit war ich muss auch sagen ich habe jetzt die Namen nicht gemerkt das klingt nach spanisch also sehr viel wahrscheinlich Einheimische es waren Chilenen Italiener dabei schnellste Frau musst du nochmal nachschauen oder hast du das notiert aber die Siegerzeit habe ich jedenfalls 46 Stunden und 40 Minuten der zweite 48 Stunden 40 Minuten also ziemlich genau zwei Stunden dahinter und der dritte noch einmal fünf Stunden dahinter und bei dir war es du hast damals gesagt eine Stunde vor dir hinter dir war es quasi so dass nichts mehr gegangen ist in beide Richtungen genau das war auf den letzten 100 Kilometern wenn jemand eine Stunde Vorsprung hat und jemand eine Stunde hinter dir ist dann kann man es in einem normalen Rennverlauf nach 50 Stunden oder nach 55 Stunden zumindest nicht mehr auf sportlicher Ebene entscheiden das ist entschieden da geht es nur mehr ums Finischen aber natürlich wenn man sich die Pause an Checkpoint 3 anschaut die 4 Stunden 15 Platz 5 war eben eineinhalb Stunden vor mir und Platz 4 4 Stunden 50 vor mir Platz 3 war schon zu weit weg da wäre natürlich nichts mehr gegangen aber man ist dann schon so dass man sich denkt ein bisschen kürzere Pause gleich weiter fahren nicht 4 Stunden umliegen aber den Gedanken kennt jeder der Rennen zweimal fährt weil das ist der erste Schritt zu ich weiß dass es besser geht und ich werde es nochmal machen und dann werde ich schneller sein ja es ist hätte hätte Fahrradkette ich bin wie gesagt sehr zufrieden und auch also die Platzierung ist sowieso unglaublich hast du Weihnachten vielleicht ein neues Licht bekommen nein nein ich habe das alte Licht schon repariert zurückbekommen also der Service funktioniert einwandfrei das ist jetzt schon das dritte Mal dass sie es mir repariert haben und ich werde es auch noch ein viertes Mal einschicken ich lasse mich da von den Zweiflern nicht unterkriegen ich werde dabei bleiben ich habe schon zu viele Sankkosts da reingesteckt das Produkt weil wir so viel über das Wetter geredet haben habe ich es natürlich auch rausgerechnet es hat von 60 Stunden Fahrzeit hat es 44 Stunden durchgehend geregnet fairerweise muss man sagen von den 44 Stunden habe ich auch ein bisschen die Pause unter Dach verbracht also ich war jetzt nicht 44 Stunden im Regen aber sicher 40 38 Stunden war ich sicher davon im Regen und die Temperatur waren im Schnitt 10 Grad aber es waren natürlich im Turnsaal in dem ich 24 Stunden in dem Turnsaal in dem ich 4 Stunden versucht habe das Licht zu reparieren hat es natürlich 24 Grad dann gehabt also das verhaut er den Schnitt ein bisschen Tiefstemperatur waren aber nur 2 Grad die Frage die schon oft gekommen ist wenn ich sage ich werde 6 ja wie viele waren überhaupt am Start waren es nur 7 nein es waren 220 Starter und Starterinnen und die Finisherquote war wirklich unglaublich niedrig es haben nur 35% gefinisht also 76 Personen da sind aber die Pairs auch schon mit eingerechnet also jedes Pair zählt da als 2 Finisher ein riesengroßes Teilnehmerfeld muss man sagen über 200 ist riesig gibt es nicht oft wieder nicht oft erlaubt also meistens ist es irgendwo limitiert und ein Drittel Finisherquote ist halt brutal niedrig also kann man beim Ram erinnern dass es selten unter 50% oder so geht wenn es wirklich ganz ganz ungünstige Bedingungen hat aber das das unterstreicht nochmal das das Wetter und ich meine 44 Stunden Regen von 60 auch wenn es jetzt nicht jede Stunde im Regen warst das hin und wieder vergisst man ja wie dass es zwischendurch einmal aufhört zum Regnen man büdet sich ein es regnet permanent und in Wirklichkeit hat es hat es 2x3 Stunden geregend und die Straßen waren immer nass oder so aber wenn es tatsächlich 44 Stunden regnet ist das sehr sehr viel Niederschlag und natürlich wenn es Wetter auch so dich an die Grenzen bringt kann dadurch auch das andere körperliche Wäwehchen mehr entstehen oder dir einfach mehr zusetzen hast du da jetzt noch Punkte die irgendwie zwicken also vorweg möchte ich sagen ich habe nie taube Finger gehabt wobei ich schon eigentlich davon ausgegangen bin dass das mein Normalzustand ist aber ich habe es weder während dem Rennen noch danach gehabt und habe auch sonst keine Sitzprobleme gehabt keine Nackenprobleme das Einzige was am letzten Tag die letzten paar Stunden eingesetzt hat war ein bisschen Knieweh das ist relativ einfach erklärt und das hat inzwischen auch schon wieder aufgehört das war einfach durch die Regenhose das keine Radl Regenhose war sondern eine Wanderhose und hat immer wieder oder bei jedem Tritt leicht am Rahmen beziehungsweise an der Rahmentasche geschliffen und irgendwann schleicht sich eine kleine Ausweichbewegung ein dass man mit dem Knie ausweicht dass das nicht schleift das Geräusch nervt und dadurch habe ich am letzten Tag ein bisschen Knie wegkriegt aber nichts dramatisches das hat sofort aufgehört und was total absurd ist womit ich überhaupt nicht gerechnet habe auch aufgrund des fehlenden Materials aufgrund der Regenhose die Karadlhose war ich habe den Bund unten an der Hose mit Klebeband mit Dakthep zugemacht dass er eben nicht am Pedal schleift oder an der Kurbel schleift oder in die Ketten reinkommt und das habe ich bei der letzten Pause ein bisschen zu fest gemacht gleich und dadurch habe ich leichte Schmerzen in der Achillessehne gekriegt auch erst am letzten Tag an der letzten Tageshälfte also die letzten 6-7 Stunden mit Schmerzen in der Achillessehne auf beiden Seiten und es war extrem unangenehm aber nicht so dass es war einfach zum Fertigfahren kein Problem und es war angenehm zu wissen woher das kommt blöd ist ja wenn man irgendwas hat und man weiß nicht woher es kommt man weiß nicht wie man es beheben kann in dem Fall war es recht einfach und es hat auch zwei Tage nach dem Rennen nicht mehr weh dann aber es hat die letzten 7 Stunden nicht gerade lustiger gemacht das war sehr unangenehm ich bin wie gesagt sehr beeindruckt dass du das so weg gesteckt hast die ganzen Wetter Probleme und das mit dem Knie und Achillessehne als Nicht-Einheimischer wo du eigentlich mit falschen Erwartungen hingegangen bist und du bist auch nicht jemand der jeden Tag bei jedem Wetter draußen trainiert dass man sich denkt du kennst das vom täglichen Training dass du bei Schnee und Regen immer unterwegs bist sondern du bist ja ein Smart Trainer Fahrer im Winter kann man vielleicht sagen das zeigt nochmal dass was sagt das eigentlich Frage jetzt umformuliert was glaubst du ist der Unterschied dass man mit so Bedingungen gut zurecht kommt du trainierst nicht immer bei so schlechten Wetter und du hast im Gegensatz zu vielen anderen Ess weggesteckt ist das in die Wiege gelegt manche können mit Hitze schlecht umgehen manche mit Kälte hast du einen starken Wühnen gehabt hast du was war es das kann ich so gar nicht sagen ich glaube so klischeehaft es klingt aber was mir sicher geholfen hat war meine Erfahrung als Fahrradboote ich kann zwölf Stunden im beschissenen Wetter Fahrrad fahren und ich kann mich auch so ausrüsten dass ich nicht nach einer halben Stunde komplett nass bin also das habe ich schon gewusst was zu tun ist was die wichtigsten Punkte sind und wo die Fehler liegen weil die habe ich zur genüge gemacht ansonsten wenn wir jetzt viel gejammert haben es liegt mir einfach ich fahre gerne im Regen es macht mir zumindest nichts aus und dann ich möchte es nicht Mindset nennen aber für mich war eigentlich zu keiner Phase des Rennens auf geben Option also ich habe wirklich nie drüber nachgedacht mir ist nie so schlecht gegangen mir war es nie so kalt mir war es nie so nass dass ich da ernsthaft drüber nachdrücken musste ich glaube trotzdem dass von der körperlichen Seite her es einfach definitiv so ist manchen Leuten setzt die Köden körperlich messbar mehr zu wir sind beide nicht in der Kategorie Leichtgewicht und wie viel Kilo hast du jetzt beim Rennen gehabt circa beim Rennen habe 83 gehabt ich habe so um die 80 jetzt wahrscheinlich habe ich also ich war mit dir zwei Wochen in Borrego Springs da habe ich jeden Tag gelitten wie ein Hund ich habe schon einmal beim Radrennen in Madrid einen Hitzeschlag gekriegt und da hat es keine 40 Grad gehabt sondern eher 33 auch sonst die ganz heißen Tage vertrage ganz ganz schlecht das wäre eher bei mir das Problem dann sind wir froh dass jetzt Ende Dezember ist und genießen wir den Winter ja genau ich habe jetzt gerade versucht eine Überleitung zu finden aus den Anden heraus zur Aktualität hast du noch Punkte die wir noch besprechen oder soll ich dich fragen ob du die Achilles hänisch wieder so fit hast dass du wieder beim Silvesterlauf mitmachst ja also sollte nichts dazwischen kommen letztes Jahr habe ich krankheitsbedingt nicht starten können ansonsten seit 2016 lieb gewordene Tradition einmal im Jahr wird gelaufen das ist der Silvesterlauf da nehme ich mir jedes Jahr vor öfter zu laufen dass ich nicht so leiden muss du es dann nicht und dann leide ich erst wieder so und um die peinlichkeit von vorher jetzt wieder gerade zu rücken bei den damen hat es ein ex equo ersten platz gegeben die sind gemeinsam über die ziellinie gekommen nach 84 stunden die haben sich ziemlich gebettelt ewig lang vor und zurück viele überholmanöver war super spannend zum dort watchen und zwar waren es die maria paola bulla und raquel par raquel par rizzi und dritte ist die anna lidel geworden und vierte und letzte damen finisherin also von den 74 finishern waren nur vier damen die carolina arriero super dass man das auch noch vollständig kam und jetzt zum zum fun part des podcasts fun part jetzt jetzt bin ich gerade ganz durcheinander ich wollte so die überleitung herlegen zum silvesterlauf da wollte ich sagen eigentlich sollte ich auch mitmachen nachdem ich in Neuseeland meine laufform oder g-form so verbessert habe dass ich jetzt in der form meines lebens bin mein längster tag waren es 27 kilometer zu fuß wobei du habe ich einfach gemerkt wie der verschleiß einsetzt wie die hüften und die knie und die sprunggelenke wehtun und seitdem bin ich ausschließlich rad gefahren und ich glaube meine form meines lebens im wander und laufbereich ist wieder beieinander also silvesterlauf bin ich nicht dabei aber apropos fun part und ich habe auch noch Abschluss den ich vom Razorcross Andes gerne vorspielen möchte das hast du nämlich letztens vergessen ist jetzt so ich will nicht sagen Outtake aber eine kleine lustige Sache weil wir haben uns letztens ein bisschen selbstironisch blamiert und gesagt wir sind kein Geografie Podcast und kein Biologie Podcast aber du hast das ein bisschen widerlegt weil du hast aus Chile eine Sprachnachricht geschickt die auf höchstem Niveau Informativ war und das spülen wir jetzt ab ich habe es mir wirklich rausgesucht also ich bin jetzt auf der Carreta Austral und Austral heißt Süden weil Australien heißt deswegen Australien weil sie gedacht haben es ist Terra Australis Incognita das unbekannte Land im Süden bevor sie es entdeckt haben haben die Geografen gedacht es muss im Süden eine große Landmasse geben um das Gewicht von Europa und Nordamerika auszugleichen deswegen Terra australis inkognita aber was anders also ich bin jetzt auf dieser weltberühmten Autobahn und das erste Mal seit 280 km auf Asphalt und ich sag's wie es ist es ist Wellness für meine Hände ja da war ich noch frisch im Kopf es war recht früh im Rennen und das Wellness hat nicht lange angehalten also das Asphaltierte Stücke war nur sehr sehr kurz aber ich hab die Info super gefunden hat mich sehr sehr erfreut vielleicht werden wir doch noch ein Geografie Podcast in Zukunft an der Stelle möchte ich übrigens nochmal die Frage richten an alle die uns zuhören wir haben ja in der Vorbereitung von Race Around Ruanda über das Land ein bisschen recherchiert gehabt und was Radlfahren in Ruanda kann wie dort der Sport quasi gelebt wird und das habe ich eigentlich sehr spannend gefunden auch für mich selber einmal in das Thema einzutauchen und uns würde natürlich schon interessieren wie euch solche Episoden gefallen ob wir uns in Zukunft mehr solchen Themen auch zwischendurch einmal widmen sollten oder ob wir einfach nur übers abgedrucken reden sollten und was was ich mir auch überlegt habe es es gäbe ja die Möglichkeit weil wir jetzt einfach generell so den Appell haben oder die Bitte haben schickt uns Ideen schickt uns Themenvorschläge schickt uns Vorschläge zu Menschen die wir einladen könnten und eine Idee von mir ist es alte besonders spannende oder besonders interessante Rennen vielleicht nochmal aufzuarbeiten also so nennen wir es jetzt einmal Arbeitstitel Sitzfleisch History zum Beispiel 19-20-20-20 das erste Great American Bike Race was dann zum Rame geworden ist oder eben es gibt es gibt einige spannende historische Momente im sagen wir mal in unserem Sport ob sowas interessant wäre einfach ja zu recherchieren und das dann so aufzuarbeiten und vielleicht sogar mit Leuten zu reden die da dabei waren oder irgend sowas miterlebt haben hast du noch Ideen für kommende ja ohne zu viel vorweg nehmen zu wollen wir sind ja schon dem dem Jänner ganz gut im Plan da haben wir schon ein paar gute Ideen die der Umsetzung haren aber Input natürlich immer willkommen vor allem würden wir uns freuen über weibliche Gäste wir wir bemühen uns wirklich mehr weibliche Gäste zu bekommen wir sind halt einfach trotzdem zwar Männer wir sind in unserer Bubble drinnen und würden uns wirklich freuen über vermehrt Vorschläge damit wir jetzt nicht immer nur mit Männern reden es ist aber jetzt nicht so dass wir uns nicht bemühen oder dass wir nicht genügend Leute kennen wie du gesagt hast beim Cross Andes es waren von 77 76 Finishern waren vier Frauen also es ist halt leider noch immer so dass beim Start irgendwo die Frauenquote liegt bei 10 15 oder 20 Prozent es gibt ganz viel Veranstalter die sich da wirklich aktiv bemühen und wir betonen das auch immer dass es halt oft einmal passieren kann dass so das klassische Rollenbild dass sie Männer ein bisschen viel mehr zutrauen als vielleicht wirklich dahintersteckt und Frauen sich oft ein bisschen zu wenig zutrauen sie könnten wirklich mehr aber wir haben weibliche Gäste aber wahrscheinlich wir sollten jetzt nachschauen ungefähr in dem Verhältnis wie es auch Finisher gibt wie gesagt Input herzlich willkommen jederzeit willkommen auf allen Kanälen nur bitte nicht auf Strava das ist jetzt wirklich der letzte die letzte Überforderung für mich dass man jetzt auf Strava auch noch Nachrichten bekommen kann bitte nicht alle anderen Kanäle an die habe ich mich schon gewöhnt vielleicht folgen sind meine lieblings folgen in eurem podcast die mit dem Rocky Balboa des Ultra Cycling mit Philipp Keider gefühlt steckt keiner so viel ein wie er immer wieder rückschläge er bleibt beharrlich an seiner Sache dran und ist dann doch wieder da wenn es drauf ankommt das motiviert einen selbst extrem zum durchhalten gerade wenn es aus welchen Gründen auch immer nicht so läuft so lässig der Sport ist manchmal muss man physisch und psychisch doch ordentlich reinbeißen sehr sehr gutes Feedback wir betonen sie immer wieder dass Rückschläge einfach dazugehören zum Sport und ein wahren Champion wie der Philipp Anna ist zeichnet es halt aus dass man trotzdem und immer wieder zurückkommt und den Vergleich mit Rocky Balboa da habe ich wirklich schmunzeln müssen der ist sehr sehr gut und ja an dieser Stelle führt Philipp auch viel was soll ich jetzt sagen viel Erfolg viel Trainingsmotivation wie wir das letzte Mal uns kurz unterhalten haben er hat wieder einiges vor aber er ist beim letzten Rennen das passt nämlich genau zu dem E-Mail bei der 24 Stunden WM in Borrego Springs ist es ihm nicht aufgehangen oder müssen aussteigen wobei er davor Racerland Niederösterreich gewonnen hat schnellste Durchquerung Österreichs geschafft hat und das Racerland Austria gewonnen hat also mega Saison aber dann ist doch nochmal der Rocky Balboa durchgekommen und er hat einmal eingesteckt und wird nächstes Jahr sicher wieder richtig Gas geben wie bei den Jahresrückblicken üblich schauen wir auf Höhen und Tiefen auf Highlights und auf ja Sachen die nicht so cool waren Lowlights das Gegenteil von Highlights ist auch Lowlight ja gibt es das Wort wirklich High und Low passt und wir teilen es auf in persönlich und international was waren für dich so auf der großen Bühne des Langstrecken Radsports die Höhepunkte des Jahres ja schwierig es war einiges los also ganz allgemein muss man sagen die letzten Jahre schon immer gesagt die Szene ist unglaublich dynamisch entwickelt sich unglaublich schnell weiter ist riesengroß worden inzwischen es gibt richtig viele Rennen ganz lokale Rennen es gibt immer mehr Rennen in Österreich das das freut mich die Entwicklung ist wirklich schön es gibt wirklich aktiv Bemühungen mehr weibliche Starterinnen an den Start zu bekommen ganz prominent möchte da vorhin das Dead Ends and Cake das ist glaube ich heuer erstmals wirklich geschafft hat eine 50% Quote zu erreichen das finde ich sehr cool und sportlich heuer war natürlich dieser extrem enge Kampf dieses unglaublich spannende Rennen des TCR zum Dot Watchen unglaublich cool also dass es so lang so spannend geblieben ist dass da wirklich so viele Top Top Athleten und Athletinnen am Start waren das war wirklich cool für mich war so ein Höhepunkt das Race Across America zu beobachten als Fan irgendwie dabei zu sein und für Hintergründe eigentlich auch zu kennen und irgendwie ist das das was du gesagt hast Frauenquote ist ist natürlich super wenn wenn sich darum bemüht wird aber was wirklich auch sehr sehr für bringt sind Vorbilder und wie die Isabel Pulver als Frau heuer das RAM in der Gesamtwertung gewonnen hat das war da kann man nicht einmal annähernd irgendwie sagen dass vielleicht das Teil immer fällt ein bisschen schwächer war oder so sondern ihr Zeit war einfach wahnsinnig gut und ja das ist glaube ich eine sensationell starke Leistung gewesen sie ist sicher ein großes Vorbild und Inspiration und generell einfach die Entwicklung in dem Bereich zeigt einfach dass wirklich sehr sehr viel möglich ist also das war für mich ein Höhepunkt von vielen ich tue mir da jetzt auch wirklich schwer irgendwie was rauszubicken und jetzt sind wir dann bei den Persönlichen oder ja also du hast mir gestern die Frage gestellt und gemeint ist immer das vorbereiten für den Podcast und dann bin ich drauf gekommen dass irgendwie Ruanda und Chile bei mir das war im gleichen Jahr das war alles heuer aber es war natürlich vom für mich persönlich die Ort und Weise die Herangehensweise diese Unbeschwertheit diese Naivität diese Freude mit der ich das Rennen in Ruanda gestartet bin wie ich das Ganze angegangen bin das war für mich ein Highlight also einfach da so locker sein und alle die gesagt haben so gefährlich und was weiß man schon und was da alles passieren kann das habe ich alles nicht gehört das war mir einfach komplett egal ich war überzeugt davon dass das ein cooles Event wird und es war ein cooles Event es war eine unglaubliche Erfahrung es war richtig cool ein wunderbares Land wunderbare Menschen das war schon ein richtiges Highlight sportlich jetzt haben wir drei Folgen darüber geredet war natürlich Chile jetzt rein von der sportlichen Performance deutlich höher einzuschätzen als als Ruanda aber das Gesamtpaket in Ruanda war natürlich schon cooler für mich war es trotz Erfolg beim Race Across Italy und beim Transcontinental war für mich Platz 2 in Bosnien beim Bihard sozusagen das vielleicht nicht das Highlight im klassischen Sinn aber der wichtigste Moment oder der lehrreichste Moment für mich der hat glaube ich auch das TCR für mich ermöglicht dass ich dann dort so gut gefahren bin ja ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal viel Rennen gewinnen können aber die meiste Motivation kommt immer wenn es einen Dämpfer gibt und wie im Nachhinein nach dem Rennen mich im Training zusammengerissen habe rundherum mit einigen Wochen kein Koffein zu sich nehmen zum Beispiel jetzt mit schmunzeln aber das war jetzt natürlich nicht der entscheidende Fakt aber das sind so Kleinigkeiten das habe ich die letzten Jahre nicht gemacht und nachdem ich da unter Anführungszeichen nur Zweiter gewesen bin und das hat mich dann doch beschäftigt habe ich wie es angegangen bin und wenn man das das Zweite Mal macht könnte passieren dass man ein bisschen schlampiger wird in der Vorbereitung weil man weiß schon wie es geht und hat letztes Mal gut funktioniert aber durch das dass ich Zweiter gewesen bin hinter Robert Müller war ich bis in die Haarspitzen motiviert und das war für mich persönlich der schönste wichtigste Moment im Jahr nach den Höhepunkten gibt es natürlich Wollen wir über das auch noch reden oder reden wir über die schöne heile Welt wie gut es uns alle geht bei mir eh recht klar jeder der uns regelmäßig hört wird es schon wissen dass ich eine schwere Phase vor Chile gehabt habe in Chile also auf ganz persönlicher Ebene und sportlich war schon das Seven Serpents das war wirklich unterirdisch die Vorbereitung war schlecht ich habe dort auf jeden Meter des Rennens gelitten obwohl natürlich man mental sehr gut getan hat aber da war ich einfach körperlich nicht in der Verfassung so ein Rennen zu fahren umso bemerkenswerter das Finish aber da habe ich lange danach noch die Nachwehen gespürt das ist halt einfach man kann mit Erfahrung und man kann sowas schon machen aber im Vergleich wie es mir damals im Ziel gegangen ist und wie es mir im Ziel in Chile gegangen ist es macht halt einfach keinen Spaß so ins Ziel anzukommen und so zu leiden und wenn man in einer guten Form in einer körperlichen guten Verfassung am Start steht dann macht es viel mehr Spaß es macht das Rennen mehr Spaß es macht das Finishing mehr Spaß und das machen die Wochen danach mehr Spaß ich habe im Winter und teilweise noch ein bisschen im Frühling schon richtig mit meiner Motivation zu kämpfen gehabt mich fürs Training fürs harte Training fürs tägliche Training zu motivieren immer die frohste zu jetzt habe ich schon so viele Jahre hinter mir am Radl und habe ich wirklich noch das Feuer in mir und die Kraft des Training das es braucht durchzuhalten oder habe ich vielleicht mehr Bock einfach umzuschalten auf spaßmäßig Radl fahren keinen Trainingsplan mehr irgendwie die Ambitionen und die Rennen so ein bisschen den Nagel zu hängen aber das habe ich auch schon öfters gehabt und immer wenn man dann einmal Not getrunken eine Pause machen muss weil ich bin einmal zehn Tage ausgefallen weil ich ein bisschen krank gewesen bin und dann habe ich mir einmal beim Berggehen mit dem Rambo in Knöchel verstaucht oder vielleicht sogar Band eingerissen das weiß ich gar nicht dann habe ich ein paar Tage nichts tun können und immer wenn man dann merkt okay mir geht auch das Training schon ab Radl fahren und Rennen fahren macht mir immer Spaß aber das tägliche Sache Training ist manchmal echt nicht lustig und ja diese moralische also auf gut steirisch wir sagen so einen moralischen wie sagt man dazu in schönem Deutsch ich würde es einfach eine nachdenkliche Phase nennen eine nachdenkliche Phase die geht dann auch wieder weg wenn man bewusst ist wie schön es dann eigentlich ist wenn man doch nicht nur Radl fährt sondern auch leistungsfähig ist am Radl und dann habe ich es wieder genossen also diese gezwungenen Pausen zeigen dann oft okay wie sehr schätzt man es eigentlich wenn man fit ist und gut drauf und wie gut fühlt man sich wenn man nach dem Training absteigt und was man hat es für heute geschaffen also das war so ein kleiner Tiefpunkt wo ich mir alles ein bisschen in Frage gestellt habe aber ich bin natürlich froh dass ich dass ich trauenbleiben bin und habe für das kommende Jahr für die Rennen nächstes Jahr momentan volle Motivation das führt ja perfekt fast als wäre es abgesprochen zum nächsten Punkt was ist so der Ausblick 24 also jetzt einfach vielleicht für dich und allgemein ja das möchte ich gleich zusammenfassen weil ich habe mir überlegt ob es so Wünsche gibt für die Zukunft generell in der Radl Szene oder vielleicht auch Sorgen und da möchte ich das was du vorher gesagt hast nochmal ein bisschen hernehmen nämlich dass es so viele Events gibt und so eine Vielfalt an Veranstaltungen ich habe ein bisschen die Sorge dass es manchmal zu viel wird vielleicht siege das jetzt zu ehrgeizig weil ich natürlich einer bin der Rennen fahren liebt und den Wettkampf liebt und konkret geht es darum dass zum Beispiel nächstes Jahr wirklich zeitgleich und parallel zum Transcontinental Race das neue Race kommen wird das nennt sich Via also Lateinisch für Straße fast die gleiche Distanz circa 4000 Kilometer wird in Südspanien starten über die Pyreneen Frankreich die Alpen bis nach Süditalien führen freie Routenplanung und das Transcontinental wird am gleichen Tag starten oder ein Tag später geht von Roubaix es ist die zehnjährige Jubiläumsausgab mit ein paar Checkpoints wieder vier Stück Checkpoints bis zum Ziel in Istanbul und ich möchte eins von beiden fahren habe mich noch nicht definitiv entschieden welches und man hört und sieht einfach jetzt ein paar Leute fahren dort mit ein paar Leute fahren dort mit man nimmt sich gegenseitig die guten Teilnehmer weg das ganze wird ein bisschen aufgeteilt einerseits ist es super weil es ist cool wenn es neue Rennen gibt und irgendwie die besten und beliebtesten oder die die besser organisiert sind werden sich etablieren und es ist ein gesunder Wettbewerb unter den Veranstaltern aber warum man das nicht eine Woche früher später macht muss ich sagen verstehe ich nicht es würden jetzt nicht Leute bei beiden Rennen fahren das geht körperlich auf keinen Fall aber allein für die Außenwirkung zum Zuschauen zum Mitverfolgen ich weiß nicht ob das sinnvoll ist dass man das zur gleichen Zeit machen muss das heißt das ist irgendwie so Wunsch oder Sorge dass es einfach zu viel gibt dass man sich gegenseitig irgendwie die Sachen ein bisschen kaputt macht dass man nicht sagen kann hey das sind die großen etablierten Rennen da wird wirklich Rennen gefahren da sind die kompetitiven Leute am Start und dann gibt es noch ganz viele Abenteuer Rennen die wirklich entspannter sind was um das Erlebnis geht aber dass sie dann Rennen die wirklich Rennen sind zeitgleich ansetzen und sie gegenseitig die Vorher und Vorherinnen quasi wegnehmen finde ich gleich ungeschickt wie wenn es zwei große Konzerte von Super Musik Bands am gleichen Abend ansetzt also das macht mir ein bisschen das finde ich schade und ich persönlich meine Aussicht ist dass ich eins von diesen beiden Rennen fahren wäre ich finde beides sehr reizvoll das Transcontinental hat einfach den Stöhnenwert die Reputation das Image zehnjährige Jubiläumsausgabe der gleiche Zielort wie vor zehn Jahren bei der Premiere erstmal als Checkpoint in Kosovo wunderschönes Land wo ich noch nicht war wo ich sehr gern hin würde und andererseits dieses Via wo es definitiv keine Offroad Perkurs geben wird was sehr verlockend klingt und ja die Entscheidung habe ich zum Tag der Aufnahme noch nicht gefällt es ist jetzt dann die Anmeldefrist und von dem her muss ich mich sehr bald entscheiden die Sorge habe ich zum Glück nicht also für mich macht es die Vielfalt ein bisschen entspannter weil es ist dann nicht mehr so ein Christ um die Startplätze es gibt viele Rennen wo man jedenfalls noch einen Startplatz kriegt das macht es vor allem bei mir wenn ich jetzt nicht langfristig im Voraus planen kann sondern immer nur so 4-5 Monate ist es sehr sehr angenehm das ist definitiv so und das habe ich ganz vergessen zu sagen weil jetzt wie gesagt mich das der eine spezielle vorher einfach beschäftigt es sind ja viele Rennen echt schon ausgebucht und es tagt einfach dass nach wie vor mehr Menschen an solchen Rennen teilnehmen dass schwieriger wird einen Startplatz zu kriegen es bedeutet mehr Interesse deswegen mehr Veranstaltungen deswegen insgesamt mehr Leute die Radl fahren und das ist alles super das darf man natürlich nicht vergessen wenn man sie kurz einmal beschwert dass das zwei super Rennen am gleichen Tag starten und jetzt endlich zum Highlight der Episode auch für mich weil ich kenne die Einspieler natürlich nicht aber du wirst sie uns vorspielen du kennst sie leider schon weil normalerweise kennst sie auch nicht aber nachdem der Lukas ausgefallen ist heute ja ich hab es mir an hören müssen um ab zu wiegen ob man alles spielen kann oder ob ein paar Sachen zu brutal sind und ein zwei Sachen können wir wirklich nicht spielen das geht einfach nicht aber viele Sachen die wir bei den Outtakes haben entstehen im schwierigsten Teil des Podcasts du kannst das denken ich sag nix dazu spiel es einfach ab und ich werde Methan versuchen recht zu fertigen ja weil es gibt nämlich 90% wo man einfach reden kann und dann gibt es 10% wo man etwas bestimmtes sagen muss und das ist meistens sehr sehr schwierig dazu nehme ich einen Messelöffel AG1 250 Milliliter Wasser mische das zusammen im neuen Shaker der mir besonders gut gefällt weil er jetzt einen Edelstahl Deckel hat auch du kannst AG1 gratis und risikofrei nein gratis nicht risikofrei mit Geld zurück du bist nicht der geborene Vorleser soll ich es probieren jetzt lesen wir das vor und dann in link und fertig sonst dauert das lang ja ich werde jetzt spätestens jetzt drücken ja alle Leute vorspulen also man braucht sich nicht zu viel Stress machen alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen ja auf alles mein steck alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen das passt ja nicht zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe Nährstoffe findet ihr in den linken in den Shownotes doch das passt schon zu den gesundheitlichen Vorteilen alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr in den links in den Shownotes zum Kick musst du sehr selten ablesen fairerweise muss ich sagen dass ich echt schlecht sieg und mit den großen Kopfhörern im Studio meine Brille nicht tragen kann und das macht es lesen so schwer wir haben aber auch andere Werbung gehabt und so sieht man jetzt beim nächsten Einspieler beziehungsweise hört man dass wir da nicht nur irgendwas reden sondern das tatsächlich auch selber zu uns nehmen meistens kurz bevor wir darüber reden ja bevor ich noch mal noch noch mal ich habe voll geil gegessen aber stoße gerade ein bisschen auf aber noch mal das nächste Mal kein Tonic mehr ich muss die ganze Zeit Bäuerchen machen hast du sogar irgendwas gesagt oder mit der Kohlensäure ja fein perlig ja super Fevertree bestes Tonic water wenn man es nicht direkt vor der Aufnahme denkt allgemein habe ich auch schon viel dazu gelernt weil dem Einspieler du mir vorwirfst dass ich schon wieder beim Mäcki war das eine Mal vor kurz vor der Aufnahme war und das mir dann so schlecht gegangen ist und ich solche Bauchkrämpfe gehabt habe ernähre mich jetzt besser vor dem Podcast einmal was da wirklich schlecht gegangen ist und ich allein aufnehmen habe müssen das war glaube ich nur zweimal insgesamt bisher habe ich definitiv auch nicht meinen besten Tag gehabt und sogar von da hat der Lukas was rausgeschnitten und wie gesagt Folge 84 von Sitzfleisch Wer mit Lust hat zum Reinhören weil es heute nur die quasi die kastrierte Episode gibt sorry das cut man hätte man drin lassen können man weiß was du meinst aber heißt es nicht reduziert beschnitten gekürzt oder sowas ja kann es auch heißen wir sind auch kein Wörterbuch Podcast es klingt komisch ich bin mir nicht sicher ob es wirklich ganz falsch ist aber das war schon man merkt wir sind richtige Profis inzwischen wenn das alles ist was was der Lukas findet was ich besonders interessant finde wir haben heuer und das sind für mich auch so Höhepunkte unseres Podcasts also die ersten Live Podcasts und gleich drei Stück wir waren dreimal auf der Bühne das war irgendwie immer sehr aufregend im Vorfeld du warst super entspannt ich war ein bisschen mehr aufgeregt obwohl du der Profi auf der Bühne bist aber beim Vortrag hast du alles selbst in der Hand beim Podcast habe ich gedacht hoffentlich redet der Flo kein Blödsinn oder steht auf und marschiert vorne weg ohne dass es abgesprochen war zum Beispiel aber jetzt jetzt Druck zum Thema bei den Live Podcasts gibt es keine Versprecher das ist psychologisch glaube ich ganz interessant man hat nicht die Möglichkeit nachzudenken hin und wieder haben wir wenn wir im Studio sitzen machen wir zwei Minuten Pause sortieren uns was haben wir schon besprochen was will wir noch besprechen was fehlt noch und dann machen wir weiter wie kommen wir dorthin das ist die große Kunst und unsere Übergänge sind flawless würde ich sagen also merkt man fast nie den Schnitt weil wir so gute Übergänge uns immer zusammen bauen und das passiert wenn man im Studio ist dann hat man Zeit und dann weiß ich wenn das jetzt nicht funktioniert hätte hätte man einen Cut gemacht und dann hätte ich es noch mal ansetzen können live haben wir es gar nie gebraucht es ist echt spannend und auch beim Vortrag daheim beim Üben gerade wenn ich englische Vorträge mache du musst mit der Sprache ein bisschen üben das geht nicht ganz stehgreif fürchterlich da reihe ich oft am Blödsinn daher und dann fallen mir die Worte nicht ein und ich komme ins Stocken und nach dem fünften Versuch denke ich mir ich lasse es einfach passieren auf der Bühne und wenn du dann vorn stehst geht es in flüssigstem Englisch ohne Probleme und wenn man mal eine Worte nicht weiß dann ist es wurscht weil dann umschreibt man es aber auf der Bühne geht es meistens leichter wie beim Üben oder wie daheim tatsächlich auch meine Erfahrung kann ich nur zustimmen wenn man das beim Radlfonar hinbringt dass es im Rennen besser geht als im Training dann passt vieles und angefangen hat das Ganze mit den Live-Podcasts vor exakt einem Jahr weil da hast du nämlich Folgendes in der Episode gesagt und das war übrigens nicht abgesprochen ich wollte da keinen Appell machen du hast kleinen Aufruf ausgelassen aber es hat sich gelohnt noch ganz kurz ein Ausblick was haben wir vor was sind die Pläne für 2023 es schwebt schon ewig bei uns herum wir würden wirklich gern einen Live-Podcast machen also ich mehr als der Straps und der Rosi noch mehr als ich aber es gibt zumindest die Idee und die Motivation dazu einen Podcast zu machen bis jetzt sind wir gescheitert daran eine Location zu finden und nachdem ich heute der bin mit den harten Zahlen und Fakten und wir schon uns über den Zeitpunkt des Jahresrückblick lustig gemacht haben wir haben auch ein paar Zahlen vom Spotify Jahresrückblick von der Producer Seite und zwar haben wir bis zum Zeitpunkt des Spotify Jahresrückblicks 3000 Minuten veröffentlicht haben unsere Zuhörerinnen Zahlen um 65% steigern können und was uns besonders freut bei 2207 Personen waren wir der Nummer 1 Podcast für das sind wir sehr dankbar das freut uns extrem und das ist uns auch eine gewisse Verantwortung vorzunehmen also wir wissen schon dass uns mittlerweile schon echt viele zuhören und dass wir auch uns bemühen was ordentliches zu produzieren manchmal Themen zu diskutieren die nicht nur schön sind die vielleicht ein bisschen kontrovers sind natürlich über das berichten was wir so erleben und wir versuchen wirklich ein breites Spektrum des Sports euch näher zu bringen und sagen danke dafür ja auch natürlich plattform übergreifend alle die uns woanders hören sind natürlich mit gemeint und wir haben auch dieses Jahr die eine Million Download Marke geknackt was uns riesig freut was sehr sehr cooler Meilenstein ist und uns auch bestärkt da weiterzumachen was einfach zeigt dass sie die Arbeit immer reinstecken in den Podcast lohnt bedanken möchten wir uns aber unseren Werbepartnern auch wenn manche von euch sich denken ohne Werbung wäre es lustiger zu hören aber den Aufwand den wir betreiben der zeitliche Aufwand der Schnitt von Lukas das Studio die Ausrüstung das Equipment das sind einfach Kosten und durch unsere Sponsoren können wir die Kosten refinanzieren und abdecken und der Podcast bleibt natürlich kostenlos es gibt keinen Bonus Inhalt der kostenpflichtig ist und so mecherten wir es und dafür sagen wir auch Danke dass wir den Podcast machen können und es finanziert wird ganz genau wir werden nicht reich durch den Podcast wir verdienen eigentlich nichts damit es werden unsere Produktionskosten damit abgedeckt und ich denke die routinierteren Podcast Hörer Hörerinnen werden inzwischen den Skip Forward Button 30 Sekunden oder 15 Sekunden gefunden haben außerdem entstehen die lustigen Versprecher immer bei den Werbungen immer wird jetzt als schöne Aussicht oder vielleicht wenn man gute Vorsätze sucht fürs neue Jahr nochmal auf die Sitzfleisch Challenge hinweisen und zwar ist das wirklich eine Herzensangelegenheit das ist jetzt keine Werbung sondern das ist eine Initiative für einen guten Zweck und da bin ich selber dabei engagiere mich und möchte euch alle einladen Flo auch dich mitzumachen und zwar ist die Idee gemeinsam mit der Sandra entstanden eine Runde aufzustellen zu planen ich bin sie dann abgefahren sozusagen als Referenzzeit das waren 216 Kilometer rundum beziehungsweise durch die Oststeiermark und 4000 Höhenmeter und da habe ich so eine Referenzzeit aufgestellt und man kann eben das nachfahren oder in vier Etappen aufgeteilt nachfahren und das coole ist jeder der mitmacht und innerhalb von einem Tag diese ganzen Segmente oder die ganze Runde abfahrt kriegt im Gasthaus Schränk in Basail einen gratis Sitzfleisch Salat der es dort kreiert und auf die Speisekorten aufgenommen worden und es wird dann jetzt heuer neu geben also 2024 neu geben denn die Sitzfleisch Challenge Coffee Ride Route das wird eine kürzere Route sein Start und Ziel beim extrem empfehlenswerten kleinen super netten Kaffee namens Coffee Ride am Franziskaner Platz durch die Start und Ziel man fährt 100 Kilometer und kommt wieder dort zurück und wer es geschafft hat kriegt einen Kaffee oder ein Stück Kuchen als Belohnung und man kann dann sogar diese große Runde und die kleine Runde in einer Tour absolvieren das wird dann wirklich wütend das sind dann über 300 Kilometer aber wer das schaffen sollte kriegt ein gratis vier Gänge Menü im Gasthaus Schränk in Parseil und ich würde gar nicht zu sehr ins Detail gehen es gibt Goodies noch zu gewinnen es ist eine kleine Teilnehmergebühr der gespendet wird und wir bemühen uns da wirklich viele von euch zu motivieren bei der Sitzfleisch Challenge mitzumachen zu irgendein Datum einfach die Runde abfahren hochladen anmelden vorher und dann wird es in die Wertung aufgenommen und man kriegt seine Belohnung und der Betrag wird gespendet und auch virtuell ist das Ganze möglich also es gibt die Sachen schon abgefilmt für horte Trainingseinheiten im Winter kann man diese Sitzfleisch Challenge auch virtuell auf der Plattform becool nachfahren und alles findet ihr unter challenge.sitzfleisch.net schaut euch das an und macht es mit es ist wirklich cool sehr gut uns bleibt jetzt nur mehr uns zu bedanken dass ihr hört uns zu freuen darauf wie es nächstes Jahr weitergeht wir werden mit einem Kracher beginnen und ja zu hoffen dass ihr uns gewogen bleibt darf ich am Schluss noch eine schöne Geschichte sagen die ich mir als Abschluss überlegt habe sehr sehr gerne ich weiß nicht ob du die Folge gehört hast mit dem Robert Müller nach dem TCR ich höre nie unseren eigenen Podcast auch wenn ich nicht dabei bin die hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir ist auch eine Geschichte in Erinnerung geblieben und ich habe dann ein paar Leute erzählt weil ich es irgendwie so absurd aber auch liebenswürdig finde und zwar Situation der Robert ist völlig fertig er fährt ich glaube es war in Bosnien oder Albanien oder so und er ist müde er stinkt er tut alles weh er ist frustriert er ist einfach eigentlich will überhaupt nicht mehr Rad fahren und trotzdem fährt er weiter steigt nicht aus und dann steht er so dort schaut über einen Gartenzaun in den Gastgarten von einem Gasthaus von einem Restaurant und da drinnen wird gerade gefeiert es ist eine Hochzeit alle sind glücklich alle tanzen das Brautpaar ist irgendwie gerade im Mittelpunkt und gute Stimmung und er steht dort völlig einsam und in Selbstmitleid und mit Frust vor dem Zaun schaut drüber und denkt sich was er im Leben alles falsch gemacht hat warum er jetzt da ganz allein ist und nett tanzt und Spaß hat mit anderen Leuten und das zeigt irgendwie das zeichnet so ein Bild von der Stimmung und die Geschichte habe ich dann ein paar Leuten erzählt weil ich es einfach teilen wollte und dann habe ich gesagt hey hast du schon mal die andere Seiten gedacht wer weiß ob nicht einer aus der Hochzeitsgesellschaft sich gerade denkt wie unangenehm ist es doch für mich ich will eigentlich gar nicht auf dieser Hochzeit sein vielleicht jemand aus dem Brautpaar gar nicht einmal so richtig zufrieden mit der Entscheidung jetzt durch die Ehe einzugehen wer weiß vielleicht denkt sich auch jemand ich würde so gern Radl fahren ich würde so gern ungebunden sein ich würde so gern frei sein und dort hinfahren können wo ich will und das was scheinbar oft so schön ausschaut ist aus der anderen Perspektive betrachtet komplett anders und den Denkgedanken würde ich gerne mitgeben also wenn man immer mal Phase hat was fürchterlich ist was einem gar nicht taugt gibt es wahrscheinlich einen anderen der einen darum beneidet und der das sehr gern wieder antauschen würde vielleicht kann man dann sein eigenes den eigenen Moment ein bisschen mehr wertschätzen und genießen ob das jetzt beim harten Training ist bei einem sinnlos langen Radlrennen oder wo auch immer oder bei einem sinnlos langen Podcast nein es war wahrscheinlich ein bisschen länger wir wissen jetzt wieder nicht was dem Schnitt zum Opfer fallen das auf jeden Fall aber ja einen guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr und alle da jetzt noch zuhören wir haben noch was vergessen erstens der Lukas macht immer so total irre Umfragen auf Spotify das gibt es jetzt auch seit kurzem und da kann man wahrscheinlich irgendwas antworten vielleicht Themenvorschläge Gastvorschläge das geht nämlich direkt in der App und wenn ihr das Handy schon gezückt habt dann macht Strava auf scrollt ein bisschen runter und gebt mir Kudos für meine Across Andes ich habe mich so geschunden dafür und schreibt Nachrichten der Flo liebt Nachrichten auf Strava Ich habe mich so